Im Englischen nennen sie dieses Land United States of America. Amerika! Siehst du dort? Hinter den Bergen. Wirst du mir ja auf deine Gesundheit achten? Natürlich. Willst du dich nicht von deinem Bruder verabschieden? Unser kleines Geheimnis. Okay? Wiedersehen. Wiedersehen. Amerika! Worauf wartet ihr? Macht ihn auf! Sieht aus wie ein Schwein aus Amerika. Und dann wird's weggesaugt? Ja. Genauso. Und Odell benutzt sowas? Nicht er. Nur die weißen Menschen, nicht mein Odell. Ich glaub doch keine Sau, dass das der Bruder von Odell ist. Er ist in Amerika und fährt einen dicken Schlitten. Ich werde auch so ein Auto fahren. Ihr werdet überrascht sein zu hören, dass in Amerika auch gerungen wird. Hier macht es jeder, aber vor allem auch Frauen. Amerika ist wirklich das Land, in dem alles möglich ist. Mein Bruder. Er lebt in Amerika? Warst du schon mal dort? Noch nicht, aber ich will's mal. Erzähl mir mehr von Amerika. Und dann gibt es da so einen Tag, wo man immer einen ganz bestimmten Vogel ist. Was ist an dem Vogel den so besonders? Überhaupt nichts im Vergleich zu unserem V. Ich werde fortgehen. Dein Amerika. Du hast dich völlig verändert. Was soll ich denn tun? Amerika. Amerika, du kannst mich malen. Und dann schick ich dir von überall Fotos. Von Hollywood. Dem weißen Haus. Dem Berg mit den vier Köpfen. Es wird so sein, als wirst du immer dabei, Rattika. Es ist so... Wie kommt man von hier nach New York? Bevorzugt ihr Penn M? Oder eine andere Linie? Wer den Herrn Zwischenstopp in London genehmt? Er hat mich unter. Wie kommt man von uns auf?